Sind alle Leute, die One-Night-Stands haben, sadistische Psychopathen? Wir analysieren heute mal Jordan Peterson, wie er sich über One-Night-Stands aufregt und doch ganz interessante Aussagen trifft. Mal gucken, wo er recht hat und wo er Quatsch redet. Let's go! Ja, die Geste hier finde ich auch immer geil. Müsst ihr mal beobachten bei ihm. Er macht immer total sinnlose Gesten, die gar nichts mit dem zu tun haben, was er da gerade erzählt. Ja, nein, nicht alle Leute, die One-Night-Stands haben, auch wenn das ein bisschen öfter passiert, sind zwangsläufig direkt. Hier, die dunkle Triade, bitte mal einblenden. Nein, nicht zwangsläufig. Er fühlt sich ein bisschen ertappt. Alle One-Night-Stands-Leute? Nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen. The definition of a psychopath is someone who uses someone for short-term gratification. Kommentiert jemand hier am Rand. I doubt that's the definition of a psychopath. Ja, kann man so sagen. Trotzdem waren die Kommentare hier überwiegend positiv und zustimmend. Das ist allerdings bei den meisten Jordan-Petersen-Videos so. Der hat schon eine sehr treue Follower-Schaft, weil er durchaus ja auch viele gute Sachen sagt, aber eben nicht nur sinnvolle und gute Sachen. Machen wir mal weiter mit der Analyse. Also, wo hat er denn jetzt recht und wo nicht? Grundsätzlich kann man sagen, es kommt drauf an, wie man das Ganze angeht. Wenn du natürlich 100 Jahre einfach nur One-Night-Stands hast und bist nicht in der Lage, auch mal ein positives, warmes Gefühl gegenüber irgendeinem Menschen zu haben und brauchst das und kannst keinerlei Nähe zulassen, dann hat er natürlich recht. Natürlich gibt es auch viele Arschgeigen da draußen, die auch die anderen Leute ausnutzen und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall. Also ja, wenn man das so angeht, wie er es vielleicht auch meint, dann hat er natürlich absolut recht damit. Sind das jetzt alles Psychopathen und Sadisten und Machiavelli und so weiter? Ja, ganz klar. Nein, nicht zwangsläufig, nicht wirklich. Das ist schon hardcore übertrieben hier. Aber da sind durchaus ungesunde Dynamiken mit oder können mit am Start sein. Absolut. Vor allem auch, wenn du direkt den Rappel kriegst bei dem Gedanken, dass vielleicht eine Frau, wenn man sich regelmäßig sieht, auch mal bei dir übernachten könnte. Lieber Gott, nein. Ja, dann stimmt das natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Leuten. Ja, ich gehe jetzt für diese Analyse mal nur auf die Männer ein, muss man dazu sagen. Aber jetzt kommen wir zu dem Gegenpart. Nein, nur weil du jetzt den lockeren Lifestyle lebst und keine feste Bindung eingehen willst, wenn das eine freie eigene Entscheidung ist und du fühlst dich gut dabei und tust jetzt keinem weh und belügst keine Leute und so weiter, dann ist das absoluter Quatsch, dass du da automatisch ein Psychopath bist und was weiß ich was. Ich habe ganz, ganz liebe, nette, fantastische, gutherzige Klienten, die so diesen lockeren, freien Lifestyle leben und ganz, ganz fantastische Menschen sind und weder machiavellistisch, noch sadistisch, noch narzisstisch, noch sonst was sind, sondern auch das als Teil der Persönlichkeitsentwicklung auch ansehen und sich auch mal die Hörner abstoßen, mal diesen freien Lifestyle leben. Das ist ja durchaus in Ordnung, auch mal verschiedene Lifestyles kennengelernt zu haben. Muss man sich jetzt mit irgendeinem Lifestyle davon identifizieren? Nö, empfehle ich nicht, sondern ich empfehle durchaus alles mal kennengelernt zu haben. Ja, mal was Festeres, mal was Lockereres. Und dann hat man ja im Optimalfall, wenn das gut geklappt hat, einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und kann sich dann aussuchen, was ist denn mein Lebensmodell? Denn Jordan Peterson ist ein bisschen sehr programmiert, meines Erachtens, gibt das immer so ein bisschen vor, du musst folgendermaßen leben, das ist dann ein gutes moralisches Leben und so weiter, ist ja auch religiös, das spielt da ein bisschen mit rein, muss man dazu sagen. Das ist aber natürlich Geschmackssache, wie jetzt jeder leben will. Ja, du kannst ein ganz unangenehmer Mensch sein, während du eine feste Bindung und Kinder hast und so weiter und so fort, kannst du überhaupt keinem helfen, kein Gewinn für die Welt sein und du kannst ein ganz fantastischer Mensch und eine ganz inspirierende Persönlichkeit und ja, ein sinnvoller, helfender, inspirierender Mensch sein auf diesem Planeten, auch wenn du regelmäßige, lockere Techtelmechtel mit Leuten hast. Was noch ein bisschen was anderes ist, wo ich ihm durchaus recht gebe, ist, wenn das jetzt nur One-Night-Stands sein dürfen. Ja, und sogar wenn es schön war, ja, man hat sich gut verstanden, der Knickknack war ordentlich und gut und dann sagt man, öh, das reicht mir jetzt, die will ich auf keinen Fall wieder sehen, dann stimmt da wieder irgendwas nicht. Something is wrong here. Das habe ich generell noch nie verstanden. Ja, nehmen wir an, One-Night-Stand passiert und es war schön und man mag sich, warum nicht ein Several-Night-Stand draus machen und wenn das weiterhin gut läuft, kann man ja entweder was Lockeres weiterlaufen lassen oder was Festeres draus machen, wenn das so schön weiterläuft. Why not? Wie so nicht? Das habe ich noch nie verstanden. Nein, das muss bei einem One-Night-Stand bleiben. Ja, dann sage ich auch, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist das vielleicht zu hedonistisch und geht zu sehr in Richtung, wie der Herr Petersen das hier auch interessant beschreibt. Aber natürlich kannst du auch, wenn du jetzt nicht in einer festen Beziehung bist, viel mehr Leute treffen, viel mehr Leute inspirieren und so weiter und den Frauen da draußen auch zeigen, dass es doch noch vernünftige Typen gibt, die jetzt einfach offen und ehrlich mit dem ganzen Kram umgehen, die sich selbst mögen, die Frauen mögen, die das Ganze auf eine gesunde Art und Weise angehen und sich nicht da den Hintern ablügen und das Blaue vom Himmel versprechen und sich auch nicht mit dem ganzen Kram identifizieren, sondern einfach ihr Leben leben, wie sie halt momentan Lust drauf haben. Es gibt ja auch so Phasen jetzt zwischen Beziehungen. Nehmen wir mal an, die Beziehung geht in die Brüche. Ja, da kann es ja auch eine Phase geben, dass man sagt, nein, jetzt möchte ich wieder mal den lockeren Lifestyle trainieren und leben. Denn, positiver Nebeneffekt dieses lockeren Lifestyle ist es, du kannst ja ein bisschen Schlagzeilen fahren, du kannst ja neue Leute kennenlernen und deinen Geist und deine Rübe trainieren und deine Skills trainieren, deine schamlose Misskehrlichkeit trainieren und so weiter und so fort. Du kannst tausend Sachen trainieren, da geht es gar nicht um Frauen und um Flirten, sondern hier Schlagfertigkeit und so weiter und so fort. Das Selbstbewusstsein, den eigenen Weib auf die Kette kriegen, mit Ablehnung klarkommen. Dieses Flirt- und Dating- und Frauenthema, das hilft dir für so viele Lebensbereiche. Du kannst da so viel lernen, wesentlich mehr natürlich, als wenn du in einer festen Beziehung steckst, was auch schön sein kann. Das ist nicht meine Aufgabe, euch vorzugeben, wie euer Lebensmodell oder Beziehungsmodell auszusehen hat. Aber du kannst natürlich viel mehr lernen, viel mehr Schlagzeilen fahren, wenn du jetzt nicht in einer festen Beziehung gebunden bist. Von daher empfehle ich das auch, irgendwann in deinem Leben einmal getestet zu haben und einmal auf die Kette bekommen zu haben, dieses Flirt-Skill-Training mit den lieben Damen der Schöpfung. Ich behaupte nämlich, das hat der liebe Herr Petersen nicht gehabt. Das hat auch einer hier ganz zu treffen, wie ich finde, und lustig kommentiert. Jordan is just pissed he was never a chat like the interviewer. Das stimmt durchaus. Jordan Petersen, ja, wie gesagt, ich finde ihn überwiegend gut, sagen wir es mal so. Ja, das meiste von ihm finde ich gut. Ab und zu denke ich, was war das denn jetzt? Wie programmiert kann man trotz hohem IQ teilweise sein? Aber meistens finde ich ihn ja gut. Aber hier, das ist so ein Part, wo, ja, das sieht man auch, wie stinkig er wird. Ich blende es euch gerade nochmal ein. Achtung. The definition of a psychopath is someone who uses someone for short-term gratification. Sie sind hässlich, wenn sie richtig wütend sind. Ja, da ist das schon sehr emotional und wenn jemand sehr, sehr emotional ist, ist das oft ein guter Hinweis drauf. Muss nicht so sein, ist aber oft so, dass das mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Gefühlen irgendwas zu tun hat. Ja, und Jordan Petersen war jetzt immer schon eher so auf der lieben, ja, auf der anständigeren, etwas nerdigeren Seite, sage ich mal so. Ich denke nicht, dass er sich irgendwann mal die Hörner abgestoßen hat. Und das kann in einem gewissen Alter doch ziemlich Reue geben. Das kenne ich von vielen älteren Leuten, dass sie sagen, meine Fresse, hätte ich doch damals mal, hätte ich das zumindest mal getestet. Warum habe ich es denn nicht einfach gemacht, dass ich mal ein bisschen mehr gehandelt habe und mal ein bisschen mehr, ja, den legeren Lifestyle zumindest mal ausgetestet habe, um einfach auch mitsprechen zu können und um vielleicht auch sagen zu können, hm, jetzt habe ich beides mal erlebt, was ist denn jetzt mein Beziehungsmodell. Und es ist ja noch so eine Sache, wenn du irgendwann, nehmen wir an, du bist 55 irgendwann, 60, 65, 70, was ist denn, wenn dir dann die Frau abhaut oder verstirbt oder was auch immer, irgendein Schicksalsschlag passiert. Es kommt dann schon darauf an, ob du in jüngeren Jahren irgendwann mal getrainiert hast, der Typ zu sein, der auch ein bisschen shakern und flirten konnte, der das auch einmal auf die Kette gekriegt hat und dieses Thema mit dem Dating und mit dem Flirten mit den Frauen gehandelt hat und sich auch einmal in seinem Leben die Frauen aussuchen konnte, so gut wie es eben dem eigenen Skillset möglich ist oder entspricht. Ja, das ist ja ein Vorteil, weil, ja, vielleicht willst du ja auch der lässigste im Altersheim irgendwann mal sein. Oder, wenn du halt 65 bist, vielleicht willst du dann auch im Golfclub zum Beispiel die nette Lady finden, die noch ganz adrett ist und so weiter und dann vielleicht kein 80-Jähriger sein mit 55 oder 60, wie das bei den meisten Leuten so ist und dann einfach für den Rest seines Lebens alleine bleiben. Ja, es kommt schon darauf an, wer du von 20 bis 60 gewesen bist, wer du geworden bist, wie du dann mit 60 bist, wie man es hier bei Herrn Petersen zum Beispiel auch durchaus rauslesen kann, wie ich finde, dass er jetzt nicht der Chat war, dieses bescheuerte Wort, dass er diese Phase wahrscheinlich nicht in seinem Leben hatte und das kann für ein bisschen Verbitterung später sorgen. Und wie gesagt, du hast ein bisschen limitierten Erfahrungsschatz und kannst gar nicht so wirklich mitreden, wie ist das jetzt. Was den meisten Leuten nämlich nicht klar ist, war mir früher auch nicht klar und zwar, dass du auch der lockere Typ sein kannst und trotzdem liebevoll und herzlich dabei sein kannst und trotzdem eine richtige Connection zu den Leuten aufbauen. Das geht sogar mit ein bisschen Training bei einem One-Night-Stand. Ja, dass es jetzt nicht irgendwie nur eine 0815-Laschi-Begegnung war, sondern nein, dass da auch die Funken im zwischenmenschlichen Sinn auch positiv geflogen sind. Ich weiß, so machen das die meisten Leute nicht bei einem One-Night-Stand, aber das ist mit Training möglich. Und wenn es dann gut war, wenn es Spaß gemacht hat und man versteht sich grundsätzlich gut, hat weiter Lust, sich zu sehen, ja, dann seht euch doch einfach weiter, dann war es halt kein One-Night-Stand mehr. Aber ja, es kann auch mal passieren, dass es dann einfach nicht passt und irgendwie war es halt eine schlechte Entscheidung. Du wachst dann mit einem ganz komischen Kopf unterm Arm auf, das hast du von gestern Abend irgendwie anders in Erinnerung gehabt, das kann halt auch mal passieren, da bist du jetzt nicht direkt ein Satis und so weiter und so fort. Wenn das, wie gesagt, immer so laufen muss und sonst kriegst du den großen Rappel, dann stimmt da irgendwas in eine ungesunde und gute Richtung nicht. Also gebe ich ihm da jetzt recht oder nicht? Jein, würde ich sagen, eher nicht. Wenn man es auf sehr ungesunde Weise macht, gebe ich ihm recht. Ansonsten gibt es da noch einen ganz anderen Weg, den er aber wahrscheinlich nicht kennt oder nicht kennengelernt hat. Ist auch total in Ordnung. Man kann nicht überall Spezialist sein. Deshalb, wer den möglichst erleuchteten und buddhistischen Weg der schamlosen Misskerlichkeit des lockeren Lifestyles mal kennenlernen will, der übrigens auch ein viel clevererer Einstieg in was späteres Festes ist, wie das Ganze ablaufen würde, wie man das Ganze auf die Kette kriegt, der kommt gerne zum Coaching. Die Links zum kostenlosen Erstgespräch sind wie immer unten in der Beschreibung. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Wird's bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017